Weg Kaum, dass er damals das erste Mal den Bus betreten hatte, mit dem er die nächsten drei Jahre jeden Tag fahren sollte, hatte er sie gesehen. Sie hatte in eben jenem Moment zu ihm hinübergeblickt und er hätte schwören können, dass sie ihn anlächelte. Doch ehe er zurücklächeln konnte, hatte sie ihren Blick wieder dem Buch auf ihrem Schoß zugewandt und ihn den Rest der Fahrt nicht mehr beachtet. Er jedoch konnte den Blick nicht von ihr abwenden. Fast hätte er an seinem ersten Ausbildungstag die richtige Haltestelle verpasst. Als er dann ausgestiegen war, hatte er gedacht, er würde sie nie wieder sehen. Doch von da an sah er sie jeden Tag. Nach ein paar Monaten meinte er langsam, sie käme ihm vertraut vor. Als wüsste er schon genau, dass sie füreinander gemacht waren. Alles schrie ihm förmlich zu, sie gehört zu dir. Die Art, wie sie lächelte, wie sie mit ihren Freunden telefonierte, wie sie ihr Buch aufschlug und die Seiten umblätterte. Aber irgendetwas hielt ihn davon ab, sie anzusprechen. Etwas sagte ihm, es würde schmerzhaft enden. So brachte er sich immer, wenn er kurz davor war, sie anzusprechen, dazu, es doch nicht zu tun. Fast sechs Jahre waren seitdem vergangen. Er war nun fertig mit seiner Ausbildung und arbeitete seit drei Jahren in der gleichen Arbeitsstelle, bei der er auch die drei Lehrjahre verbracht hatte. Doch seit drei Monaten fuhr sie nicht mehr mit seinem Bus. Sie war eines Tages einfach nicht mehr da gewesen. Anfangs hatte er gedacht, sie wäre krank. Aber konnte es sein, dass sie schon seit drei Monaten krank war? Er hatte sich schon damit abgefunden, dass er sie nie wiedersehen würde. Wahrscheinlich hatte sie eine neue Arbeit angenommen und fuhr mit einem anderen Bus. Vielleicht war sie sogar umgezogen. Doch da war sie jetzt wieder. Ganz eindeutig. Sie, die er fast sechs Jahre lang jeden Morgen gesehen hatte, ehe sie plötzlich verschwunden war. Irgendetwas hielt ihn immer noch davon ab, sie anzusprechen. So verging eine weitere Woche, in der er sie immer nur anstarrte. Am Montag der zweiten Woche nach ihrer Rückkehr traf er jedoch seinen Entschluss. Er würde sie jetzt ansprechen. Er stand auf, ging auf sie zu und ging an ihr vorbei. Er blieb kurz stehen, dann drehte er sich wieder um und diesmal musste er sie ansprechen. Sie hatte bemerkt, dass er sie ansah und er würde sich zum Affen machen, wenn er jetzt kniff. Ähm, hey, ich wollte fragen, ob... Puh, das war schwierig. Ob du... Ja, ob was? Ob du mir sagen könntest, wie die nächste Station heißt? Äh, wie war das? Ihr Gesicht verdunkelte sich, als sie antwortete. Zuse-Straße. Aber das wolltest du nicht wissen, oder? Du wusstest es sogar schon, stimmt's? Wie... Woher... Was? Stammelte er. Wir kennen uns, aber eigentlich solltest du mich gar nicht sehen können, antwortete sie schlicht. Er starrte. Er wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Plötzlich saß er wieder. Er war wieder sechs Jahre jünger. Es war die zweite Woche seiner Ausbildung. Für heute hatte er sich vorgenommen, sie endlich anzusprechen. Er stand auf und ging zu ihr. Er merkte, dass er ein wenig nervös war, doch das gehörte wohl dazu. Hey, fing er an. Er hatte sich das Folgende genau überlegt. Mir sind deine Schuhe aufgefallen und ich wollte fragen, wo du sie her hast. Meine Schwester hat bald Geburtstag, musst du wissen, und ich... Ich... Ich denke, sie würden ihr gefallen. Er merkte, dass seine Handflächen feucht geworden waren. Hatte er etwa gegen Ende gestottert? Er war wohl doch ziemlich nervös. Erst schaute sie ihn nur an. Dann lächelte sie. Danke, das freut mich. Und sie fing an, irgendetwas über Schuhmarken zu reden. Wo fährst du eigentlich gerade hin? Fragte sie dann irgendwann. Zur Berufsschule, antwortete er. Und du? Und er konnte es nicht glauben, aber... Er hatte tatsächlich eine Unterhaltung mit ihr am Laufen. Mit dem Mädchen, in das er sich auf den ersten Blick verguckt hatte. Und in das er sich gerade immer mehr verliebte. Und plötzlich saß er bei strahlendem Sonnenschein in einem Café in der Innenstadt. Ihm gegenüber das Mädchen seiner Träume. Er hatte sein erstes, richtiges Date mit ihr. Er erinnerte sich an das Gefühl, als sie sich an jenem Sommertag vor all den Jahren das erste Mal geküsst hatten. Es schien, als wäre es nie passiert. Und doch wirkte es so real. Viele weitere solcher Tage zogen an ihm vorbei. Sie beide auf der Hochzeit einer ihrer Cousinen. Sie beide in ihrem ersten Urlaub. Sie beide in ihrer ersten eigenen Wohnung. Sie beide beim Wandern in den Bergen. Sie wanderten einen schmalen Pfad entlang, zu dessen Seiten es steil abwärts ging. Plötzlich wurde alles grau. In Zeitlupe sah er den Stein rollen, auf den seine Freundin vor ihm trat. In Zeitlupe sah er sie stolpern. Er wollte sie auffangen. Doch auch er selbst konnte sich nur in Zeitlupe bewegen. Und er musste in Zeitlupe mit ansehen, wie die Liebe seines Lebens in den Abgrund fiel und aus seinem Sichtfeld verschwand. Da stand er. Im Bus. Ein lautes Trommeln auf dem Dach verriet ihm, dass es zu regnen begonnen hatte. Er blickte auf. Doch da war niemand. Weg. Für immer.